Christ ist erstanden von den Toten, im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenden das Leben. Christ ist erstanden von den Toten, im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenden das Leben. Christ ist erstanden von den Toten, im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenden das Leben. Christ ist erstanden von den Toten, im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenden das Leben. Christ ist erstanden von den Toten, im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenden das Leben. Christ ist erstanden von den Toten, im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenden das Leben. Christ ist erstanden von den Toten, im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenden das Leben. Christ ist erstanden von den Toten, im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenden das Leben. Christ ist erstanden von den Toten, im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenden das Leben. Christ ist erstanden von den Toten, im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenden das Leben. Christ ist erstanden von den Toten, im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenden das Leben. Christ ist erstanden von den Toten, im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenden das Leben. Christ ist erstanden von den Toten, im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenden das Leben. Christ ist erstanden von den Toten. Christ ist ertalet aus der Kultur bes palabra Cuando Jesus über den Tod und schenkte den Entschlafenden das Leben. Christ ist Jesaja runke